Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 des Podcasts Mutmachgespräche, Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite in Regensburg als systemischer Coach und begleite Menschen durch ihre Herausforderungen und Krisen. In diesem Podcast geht es um Krisen und vor allem um das, was hilft, gut hindurchzukommen und im besten Fall daran zu wachsen. Heute ist Freitag, der 4. März. Seit einer Woche kämpfen die Menschen in der Ukraine um ihr Land und um ihre Freiheit. Und ehrlich gesagt, ihr Lieben, habe ich diese Woche echt lange gehadert, ob ich überhaupt eine neue Podcast-Folge veröffentlichen soll. In den letzten Tagen kam mir ziemlich viel von dem, was ich hier so treibe, furchtbar banal und unwichtig vor. Bestimmt kennt der ein oder die andere von euch auch solche Gedanken. Es ist jetzt nicht grausamer oder furchtbarer, wenn Ukrainen und Russen sterben, als wenn Menschen in Syrien oder im Sudan ihr Leben lassen. Zusätzlich zu dem Leid, der Ohnmacht und der Fassungslosigkeit, die jeden Krieg immer aber gleiten, kommt nur dieses Mal noch die räumliche Nähe hinzu. Die Angst vor dem Einsatz atomerer Waffen und zugegeben auch der beschämende Gedanke, warum so ein machtbesessener Autokrat ausgerechnet jetzt einen auf Alexander den Großen machen muss, wo der Pandemie langsam die Luft ausgeht und nach zwei langen Jahren endlich wieder auf Bruchstimmung in der Luft lag. Nicht, dass es zu irgendeinem anderen Zeitpunkt besser wäre, einen Krieg anzufangen, das ist eh klar. Sophie und ich haben auch überlegt, eine Sonderfolge aufzunehmen, aber das Sinnvollste, was wir beitragen können, haben wir bereits gesagt. Deshalb verweise ich an dieser Stelle auf die Folgen 10, wo wir über den gesunden Umgang mit Gefühlen gesprochen haben, die Folge 30, in der es speziell um Ängste und Panikattacken ging, und Folge 71, die wir kurz vor Weihnachten aufgenommen haben, die Erklärbär-Folge zum Umgang mit Weltschmerz. Leider, leider aktueller denn je. Vielleicht tut es euch aber auch einfach gut, euch mit dem heutigen Interview eine Stunde abzulenken, euch unterhalten zu lassen und mal an etwas anderes zu denken. Deshalb gibt es jetzt letztendlich ein neues, ganz reguläres Mutmachgespräch. Mein Gast ist Eva und wir haben dieses Gespräch schon Anfang Dezember aufgenommen. Eva hat mir erzählt, dass sie wild entschlossen und sehr ehrgeizig ein Studium begonnen hat, währenddessen merkte, dass es sie nicht glücklich machen wird, in diesem Beruf zu arbeiten und dann immer mehr Selbstzweifel und Ängste aufbaute. Sie schloss das Studium trotzdem mit Bestnoten ab, gestand sich aber schließlich ein, dass sie nicht ihren Ängsten folgen möchte, sondern mutig eigene Wege gehen. Habt viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Mutmachgespräche. Heute habe ich spannenderweise eine Podcast-Kollegin bei mir. Die liebe Eva ist da, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Voll schön, dass du da bist. Mal wieder kennen wir uns nur von einem Telefonat. Du wurdest mir empfohlen mit großer Begeisterung. Freut mich. Magst du dich erst mal vorstellen, bitte? Genau, ich bin die Eva, ich bin 27 und bin im Grunde seit drei Wochen Zahnärztin. Fertige? Fertige Zahnärztin. Ich habe dieses Examen hinter mich gebracht im letzten halben Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Es war kein leichter Weg in jeder Hinsicht. Ja, und so bin ich eigentlich gerade an dem Punkt, würde ich sagen, für den ich vermutlich vor fünf, sechs Jahren noch richtig viel Geld bezahlt hätte. Und jetzt, ja, ich habe ein Einser-Staatsexamen gemacht und könnte jetzt theoretisch direkt durchstarten, so in die Assistenzzeit, die man ja danach macht. Normalerweise, um eben dann auch, ja, Kassenpatienten behandeln zu dürfen. Aktuell darf ich nur, dürfte ich nur Privatpatienten behandeln und deswegen ist die Assistenzzeit so dieser logische Schritt, der sich jetzt anschließen würde. Aber vielleicht muss ich noch dazu sagen, was ich da vorgemacht habe. Wir sind schon mitten im Thema, ne? Ja, ich weiß nicht. Also, ja, es ist immer ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass ich das eben so verknüpfe, weil ich eben diesen Vorweg gemacht habe. Und das war eben schon ein anderer Abschluss in einem komplett anderen Gebiet. Also, ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Medienwelt, habe einen Bachelor in Medien und Kommunikation gemacht und dann halt diese komplette Kehrtwende gemacht, die aber damals ein Riesenwunsch von mir war. Ja, und wie gesagt, jetzt habe ich das durchgezogen, ohne ein oder auch nur einmal irgendwie gescheitert zu sein im Studium, so von, also notentechnisch her oder so. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass diese Gefühlswelt mal wieder, die Gefühle, die bösen Gefühle und das Bauchgefühl so ein bisschen dazwischen funkt und das auch nichts Neues ist, sondern eigentlich was ist, was sich schon länger angebahnt hat. Und das ist, glaube ich, wieder ein ganz schönes Zeichen dafür, dass das, was nach außen auf dem Papier steht, nicht immer die Realität abdeckt. Und darüber wollte ich heute mal sprechen. Ah, ich habe gleich am Anfang tausend Fragen gleichzeitig im Kopf. Die bösen Gefühle, die werden wir aufgreifen müssen. Kannst du es konkretisieren? Das heißt, du bist jetzt fertig, was ja erst mal Grund zum Feiern und zum Gratulieren ist. Du grinst total. Was heißt denn dein Bauchgefühl pusht dazwischen? Du magst das jetzt nicht arbeiten, oder wie? Ich liebe Arbeiten an sich. Nein, in diesem Beruf. Ach so. Ja, also ich sage mal, Stand heute kann ich sagen, dass es mich unglücklich machen würde. Und das kann ich mittlerweile mit einer relativsten Sicherheit sagen. Und es war aber ein super langer Weg, rauszufinden. Ich muss lachen. Hey, wie scheiße. Weil du hast ja als Zahnärztin jetzt nicht automatisch tausend Alternativen, oder? Ich kenne mich da zu wenig aus, wenn du, in meinem Kopf, du hast das studiert, bist Zahnärztin, kannst jetzt arbeiten mit diesem Abschluss als Zahnärztin oder was gibt es für Möglichkeiten? Tja, das ist eine Sache, die offiziell einfach nicht anerkannt ist, dass es da noch andere Wege gibt. Und deswegen wird man auch nie nach anderen Wegen gefragt. Und das ist eine Sache, mit der ich eigentlich täglich, teilweise fünfmal konfrontiert werde mit der Frage, hey, und, wo machst du jetzt deine Assistenzzeit? Und nicht, hey, ich sage mal, wie geht es jetzt für dich weiter? Und wie du schon sagst… Also das ist der nächst logische Schritt. Du hast das Examen bestanden, gehst jetzt in die Assistenzzeit. Und das hinterfragt man normalerweise nicht. Wie beim Lehramt. Du hast das erste Staatsexamen und gehst automatisch ins Referendariat. Die Erwartung. Genau, das ist die Erwartung. Die Sache ist ja was… Ja, wie spielt das Leben? Und das Leben spielt halt, wie ich gerade merke, vielleicht manchmal ein bisschen anders. Und das macht es auf jeden Fall nicht leicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schon Menschen gibt, die ähnliche Gedanken haben, die aber zum Beispiel jetzt kein Erststudium gemacht haben oder aus einem Umfeld kommen, wo die Familie vielleicht auch eine Praxis hat. Und die dürfen sich diese Fragen, die ich mich gerade frage, die dürfen sich die einfach gefühlt nicht stellen. Und da entsteht, glaube ich, schon auch manchmal was, was in einer lebenslangen Unzufriedenheit am Ende resultiert. Das ist ja ganz schöner Druck auch. Du sagst es. Ja, Druck beschreibt es gut. Und ich glaube, ja, es geht im Grunde. Es ist super wichtig, gerade für mich. Und deswegen kann ich auch über meinen Abschluss lachen und mich freuen, weil ich sage, ich gebe mir mit diesem Abschluss selbst die Erlaubnis, frei zu sein, endlich. Und das zu tun, was ich will und mich auch zu fragen, was ich will, trotz diesen Abschlusses. Und ich glaube, das macht mich gerade irgendwie, ja, das macht schon auch Freude. Das ist dir auch anzusehen. Okay, warte, ich sortiere mich kurz. Ich möchte alles wissen. Wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit. Ja, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Woher weißt du oder woran machst du fest, dass dich das unglücklich machen würde, wenn du den Weg jetzt weitergehst, so wie er erwartet wird? Also was an diesem Beruf ist nicht deins? Es ist ganz schwer nachzuvollziehen, glaube ich, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich weiß schon nicht, wie man auf die Idee kommt, zornats zu werden. Also was willst du wissen, ab wann, dass es mir nicht mehr gefiel oder mich drauf kam? Ja genau, all das. Das sind zwei Punkte. Genau, all das, wann du es gemerkt hast. Aber erst mal heute, ganz aktueller Ist-Zustand. Woher weißt du, der Weg, wie er vorgezeichnet ist, geht für dich nicht weiter? Was würde dich unglücklich machen? Ich glaube, jeder, der in diesem Beruf mal, ja, diesen Beruf kennt, weiß, dass dieses handwerkliche Arbeiten, und das haben wir auch schon viel im Studium gemacht, die letzten zweieinhalb Jahre haben wir, gut, da war eine Corona-Pause, aber wir waren am Patienten. Und ich glaube, viele denken, und das habe ich damals eben auch gedacht, bei dieser Entscheidung, Mensch, das ist ja eine schöne Arbeit am Patienten, du kannst schnell helfen und kannst eben Resultate sehen. Und das war irgendwie attraktiv für mich. Du arbeitest mit sehr vielen unterschiedlichen Altersstufen zusammen und hast prinzipiell auch viel mit gesunden Patienten zu tun. Das waren irgendwie alles Gründe. Und auf die habe ich mich auch im kompletten Studium irgendwie gefreut, dass ich dann endlich an den Patienten darf. Und auf der anderen Seite ist da halt dieses feinhandwerkliche Arbeiten unter extremen, ja, Zeitdruck meistens, den du auch schon an der Uni hast. Und der wird halt auch in der Praxis nicht weniger. Und ich glaube, wenn du bei diesen feinhandwerklich praktischen Arbeiten, und das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man die Arbeit an sich nicht kennt und jetzt auch kein Patient ist, der ständig extreme Zahnprobleme hat, dann gehst du ja nur zur Routinebehandlung und dann weißt du ja nicht, was da normalerweise so gemacht wird. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Arbeit Stress in mir auslöst und dass es einfach nicht fließt. Und dadurch, dass ich ja auch zuvor schon mal was anderes gearbeitet habe, weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn es fließt. Und ich glaube, das ist halt einfach jetzt eine logische Konsequenz für mich, dass ich sage, ich möchte mich nicht mit 27 auf den Weg begeben, der mich eigentlich kontinuierlich unter Stress versetzt. Und natürlich ist da immer noch eine andere Stimme, die sagt, ja Mensch, Stress geht ja auch weg, wenn die Routine kommt. Und das ist, glaube ich, auch immer das, was mir gerade mein Umfeld versucht, ganz stark einzutrichtern. Ja, du hast es ja noch nicht richtig gemacht. Du hast es ja noch nicht mal angefangen. Aber trotzdem sehe ich mich an dem Punkt, dass ich jetzt schon sagen kann, es macht mich einfach nicht glücklich. Ich mag diese Klarheit total. Seit wann weißt du das? Wann hast du das festgestellt? Im Studium? Also es war nicht so, dass ich da immer so drüber reden konnte, weil sonst hätte ich es ja auch nicht fertig studiert. Ja eben, das habe ich so im Kopf. Wenn du das relativ früh gemerkt hast, theoretisch, warum hast du es dann fertig gemacht? Aber das klingt nicht so, als ob dir das von Anfang an klar war, ne? Definitiv nicht. Das war ein langer Weg. Ihr müsstet sie grinsen sehen. Das ist total witzig, wie du leuchtest. Ja, ich grinse immer viel. Ich weiß. Nee, ich glaube, ich kann es selber auch gar nicht so glauben, dass ich jetzt hier sitze und das einfach irgendwie halt auch im Grunde ein bisschen öffentlich machen kann und damit auch kein großes Problem habe, weil es für mich ein sehr langer Weg war dahin. Und ich glaube, in diesem Studium ist es, es ist eine Welt, wo halt wirklich alle mit dem Strom schwimmen. Und wenn du für dich feststellst, dass du irgendwie anders bist, und das habe ich im Grunde von Anfang an gefühlt, dann steckst du dich erstmal in die Schublade, okay, du bist falsch. Und du musst mehr tun dafür, dass es dann so wird, dass du auch mitschwimmen kannst. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht diesen riesen Traum hatte, Zahnärztin zu sein. Und ich habe mich da auch in dieser Rolle schon gesehen. Aber es war halt auch eine Rolle, die ich im Kopf hatte und in die ich ultra gerne reinpassen wollte und, glaube ich, eine Zeit lang alles gemacht hätte dafür, dass ich da reinpasse. Also sei es finanziell und zeittechnisch. Also es war ja auch so, das ist schon in diesem Studium. Im ersten Semester kaufst du dir schon Materialien und zahlst über 1000 Euro dafür. Und dafür, dass du Materialien hast für die praktischen Kurse. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Also du arbeitest ja von Anfang an, zumindest war es zu meiner Zeit noch so, ab dem jetzigen Semester ist es anders. Die Approbationsordnung hat sich geändert. Jetzt seit 50 Jahren haben wir komplett alle gleich studiert und jetzt hat sich das geändert. Aber als ich angefangen habe, war es eben noch so, dass man von Anfang an praktische Kurse hatte, Zahntechnik hat man da gemacht. Und zwar zweieinhalb Jahre lang. Zahntechnik ist was, was der Zahnarzt an sich gar nicht unbedingt macht. Aber du musstest da halt irgendwie durch im Studium. Und dafür brauchst du Materialien. Und die sind schweineteuer. Und kriegst es auch nicht, es ist nicht so, dass du alles davon wieder verkaufen kannst, sondern vieles davon verbraucht sich halt. Zum Beispiel machst du eben schon so, ja es geht jetzt ziemlich ins Detail schon, aber du machst im Grunde schon Goldkronen an einem Gipsmodell zum Beispiel. Ja, du übst halt das Bohren an Kunststoffzähnen und du musst jeden Zahn kaufen. Jeder Zahn kostet 1,50 oder so. Und du verbrauchst halt teilweise bestimmt 100 Zähne im Semester mindestens. Ich bin schlecht im Schätzen. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine mächtige Investition. Richtig. Von Anfang an. Richtig. Und nebenbei hast du halt extreme Fächer wie Anatomie und Chemie und alles, in das du dich extrem reinfuchsen musst. Du hast ja am Anfang überhaupt kein Leben mehr. Du opferst dich auf dafür. Und wenn du dann irgendwie merkst, okay, da ist vielleicht eine Stimme, die sagt, ja, ist jetzt gerade nicht so ganz deins, dann gibst du dir natürlich erst mal keinen Raum. Ja, klar. Also habe ich dich richtig verstanden, dass das Handwerkliche dir an sich schon Spaß gemacht hat, aber dieser Druck, dieser Zeitdruck und keinen Fehler machen, ich meine, du kannst jetzt schlecht daneben bohren, ne? Das hat Konsequenzen. Richtig. Und das hatte immer starke Konsequenzen, weil es war, wie gesagt, dieser extreme Zeitdruck. Du zeigst auch deine Arbeiten vor, vor fertigen Ärzten, willst dich dann natürlich auch nicht blamieren. Die sind relativ ehrlich und sagen da ganz klar ihre Meinung dazu. Und es ist auch bekannt, okay, diese Zahntechnik machst du ja später nicht am Patienten. Das ist ja genau das, was du auslagerst. Das heißt, wenn du da merkst, das liegt dir nicht so, denkst du dir, okay, das ist ja nicht das, was ich später machen muss. Ich glaube, das war immer in meinem Kopf. Ich konnte nicht einschätzen, ob es mir nicht liegt, ob es einfach neu für mich ist. Ich hatte das davor und jetzt nicht gemacht, wie jetzt vielleicht andere, die schon eine Zahntechnikerausbildung hatten und damit ja schon voll Routine hatten. Und ich war schon immer, also relativ oft, eigentlich relativ deprimiert von diesen Arbeiten. Aber es hat keinen Spaß gemacht. Eigentlich hat mir das relativ wenig Spaß gemacht. Aber ich konnte nicht sagen, ob es am Umfeld liegt. Und ich bin auch üben, ich bin unheimlich viel üben gegangen, damit ich halt mehr Routine bekomme. Und natürlich, du hast deinen Traum und irgendwie redet man sich dann auch ein, ja, es macht dann schon Spaß. Es wird schon besser. Ich glaube, ja, ich bin halt so dieses typische Opfer des Schulsystems gewesen, das halt auch immer dem gefolgt ist, was halt gefordert wurde. Und dementsprechend, glaube ich, mich auch nie hinterfragt habe. Das kam erst später. Und wann hast du dir dann zugehört und so langsam gemerkt, vielleicht ist es das doch nicht? Also es war, es ist ja so, du machst dieses Physikum. Das ist ein Riesenschritt. Das ist die erste große, also die erste staatliche Prüfung. Die ist dann nach dem fünften Semester. Und damit legst du das komplette Vorklinische, heißt es ab. Das heißt, die Zahntechnik legst du da im Grunde ab mit der Perspektive. Du bist ab morgen im weißen Kittel an der Klinik und darfst noch nicht sofort an den Patienten. Es kommt dann noch ein Kurs, an dem du diese wahren Patientenarbeiten nochmal an der Puppe sozusagen übst. Und danach darfst du aber an den Patienten. Und dann bist du halt auch schon im siebten Semester. Und ich weiß noch gut, nach dem Physikum, da hat man dann so eine gemeinsame Besprechung gehabt, wo dann auch nochmal gratuliert wird von einem dieser Oberärzte. Und wo gesagt wird, wir gratulieren Ihnen. Und jetzt, wo sie das Physikum geschafft haben, ist die Quote, dass man nicht mehr Zahnarzt wird, irgendwie unter ein Prozent. Das heißt, wenn sie hier sitzen, dann sind sie zu 100 Prozent im Grunde schon jetzt bereit oder jetzt auf dem Weg zum Zahnarzt. Oder sie werden sicher Zahnarzt. Wer bis dahin durchhält, macht auch fertig. Ja, richtig. Obwohl du ja noch nie am Patienten warst. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, also wenn du jetzt nochmal Zweifel bekommen würdest, das wäre eher schlecht. Bist du zu weit. Genau. Und wenn man sich Zweifel schon verbietet, obwohl sie ja im Grunde schon da sind, das ist ja schon die beste Grundlage für eine komplizierte Situation. Ich musste echt lachen, wenn wir da so drüber reden. Ich habe in meinem Erststudium, also ich habe etwas völlig anderes gemacht, aber ich habe das studiert, was ich schon Jahre davor machen wollte. Ich habe so in meiner Schulzeit genau gewusst, wo ich hingehe, was ich mache. Kann man nur gratulieren. Ja, und ich habe dann aber auch festgestellt, das Studium macht Spaß, ich will aber nicht in dem Bereich arbeiten. Und mir ging es dann aber ähnlich. Ich war im siebten Semester, ich hatte ein Einser-Vordiplom, ich hatte ein Einser-Schnitt, ich war gut, mir ist das leicht gefallen. Und ich habe im Hauptfach Soziologie gemacht und die Soziologen, die sind halt entweder in die Marktforschung oder in die Personalabteilungen oder sind an der Uni geblieben. Nichts davon wollte ich machen, aber ich habe mir den Gedanken aufzuhören auch überhaupt nicht erlaubt, weil ich zu weit und zu gut war. Ich bin dann zum Glück schwanger geworden. Ich bin dann so rausgekommen aus dieser Nummer. Aber ich kenne so diesen Punkt, wo der Zweifel da gewesen wäre, aber der wird sofort unterdrückt. Voll. Ja. Und dann hast du eben mit Zahnmedizin nochmal so eine andere Entscheidung im Grunde getroffen. Ja, weil es nur einen Weg gibt, scheinbar. Zum einen das. Und zum anderen, ich musste ja auch einen Test machen, dass ich da überhaupt reinkomme. Also das war schon mal ein Aufwand, das hat Zeit und auch Geld gekostet, weil ich wollte es unbedingt, deswegen habe ich noch einen Vorbereitungskurs dafür gemacht. Und dieser Test war unheimlich, also ich habe ein halbes Jahr darauf gelernt, dieser Medizinertest, um halt meinen Abischnitt nochmal ein bisschen abzusenken, um da überhaupt reinzukommen. Dann hast du den Platz. Dann kaufst du dir diese ganzen Sachen, dann natürlich brichst du nicht irgendwie einfach mal so ab. Vor allem nicht im Zweitstudium, wo voll viele davor schon gemeint haben, so, äh, warum denn das? Und ich stand da voll dahinter. Und dann hast du es durchgezogen mit einem Einser-Staatsexamen. Genau, aber das war ja auch noch ein Weg dahin, weil es gab ja dann schon eben den Punkt, du hast ja eigentlich, bin ich ja abgekommen von der Frage, wann ich es dann gemerkt habe. Wann ich es gemerkt habe, ja. Stimmt. Genau, dann ging es eben los mit den ersten Patientenbehandlungen. Und ich habe gemerkt, hey, das macht mir richtig viel Spaß mit den Patienten. Aber immer, wenn es dann zur wahren Arbeit kam, habe ich schon gemerkt, so, das könnte ich mir jetzt eigentlich auch sparen. Eigentlich würde ich mit den Patienten lieber, ich würde denen irgendwie lieber auf eine andere Art und Weise helfen. Aber auch wieder so eine Stimme von einer Sekunde, die ich jetzt, sage ich mal, in Worten fassen kann. Und die habe ich mir da doch, da früher überhaupt nicht erlaubt auch. Aber dann ging es halt irgendwann los, wie es halt so oft ist, wenn man sehr, sehr lange Zeit gegen das Bauchgefühl arbeitet und ein starker Stresspegel im Körper ist. Dass da einfach die Gefühle sich breit machen. Und dann ging es halt los, dass ich mich unwohl gefühlt habe in dieser Rolle und innere Zwänge einfach verspürt hatte. Und das ging dann los mit, dass ich mich einfach nicht mehr wirklich wohl gefühlt habe in meiner Haut im Grunde. Und ja, ich hatte Ängste, das war ein großes Thema, die ich halt früher auch nicht kannte. Ängste wovor? Im Grunde auch vor, ja, vor dem Aufliegen irgendwie, dass es eben, dass ich es doch nicht packe, dass mein Kartenhaus zusammenbricht. Und dieser innere Druck, glaube ich, hat mich gestresst und durch diesen Stress war ich irgendwie, hatte ich eine Grundnervosität und war aufgeregt vor irgendwelchen Dingen, die mir halt früher überhaupt keine Probleme gemacht haben. Und habe mich dann auch einfach im Freundeskreis, im familiären Umfeld irgendwie immer so einen Grundscham auch verspürt, weil ich mir irgendwie dachte, ich muss irgendwie eine Rolle verkaufen und ich kann die eigentlich nicht verkaufen. Und ja, das war im Grunde keine schöne Zeit, gepaart mit einem Studium, wo du wirklich von, das war noch vor Corona, wo du von 8 bis teilweise 19 Uhr halt an der Klinik verbracht hast. Und überhaupt keine Zeit für irgendwie solche Gedanken hattest, wo kommen diese Gefühle her, was wollen die mir sagen, liegt es an mir, bin ich einfach schlecht oder für nichts zu gebrauchen gerade. Und dann kommt es halt, kommt halt eine Abwärtsspirale ins Laufen. Also es war nicht immer so leicht, dass ich da saß und grinsen konnte und sage, ja, das ist halt nicht meins, sondern das war ein Punkt. Und dann kam, ja, dann kam im Grunde Corona und einfach mal so eine Bremse. Und das war gar nicht so schlecht. Wie war denn dein Umfeld an der Klinik, deine Mitstudenten, Mitstudentinnen? Hast du irgendwann mal mitgekriegt, dass es jemandem ähnlich ging oder waren die alle ganz enthusiastisch und begeistert? Ja, überhaupt nicht. Also die waren alle mega, wie gesagt, alle halt mit dem Strom geschwommen. Man hat auch unserem Semester nachgesagt, dass es ein sehr ehrgeiziges Semester ist. Also ich glaube, wenn du gesagt hättest, sag mal, wie geht es dir denn so mit dem Weg? Zweifelst du da auch manchmal oder überlegst du dir, ob das überhaupt das Richtige ist? Da hört in dem Moment einfach das Gespräch auf, weil du nicht verstanden wirst. Also es hat sonst niemand in Frage gestellt. Gestresst wurden ja bestimmt alle, ne? Ja, aber ja, wenn dann halt zu Hause. Also ich kann sagen, dass wir jetzt im Staatsexamen hatte ich auch eine Kommilitonin, die hat nach der ersten Prüfung, ist die einfach von der Bildfläche verschwunden und ist nie wieder gekommen zu irgendeiner Prüfung. Und es ist natürlich auch ein extrem verschultes Umfeld. Also wir waren jetzt 50 Leute im Semester und waren da eigentlich schon relativ viele. Und das heißt, man kennt sich. Man kennt sich, es ist wie Schule. Fünf Jahre und es spricht sich alles rum. Und ich war auch noch Semestersprecherin. Ich hatte, glaube ich, schon eine ziemliche Position im Semester und auch einen bestimmten Ruf. Und natürlich stehst du dann halt vielleicht noch mehr im Fokus und willst dir nichts erlauben. Und keine Ahnung, ich habe es auch nicht gemerkt, glaube ich, dass ich in der falschen Rolle bin. Das ist auch so. Also wieder dieses Ding jetzt mit diesem Weitblick, glaube ich, kann ich das sagen. Aber im Moment, glaube ich, eiferst du immer noch diesen Rollenbild so stark hinterher, dass du gar nicht merkst, dass du eigentlich gerade im falschen Leben bist. Kannst du die Rolle mal beschreiben? Was verbindest du da mit dieser Rolle die Frau im weißen Kittel? Also ich glaube, es ist schon verrückt, dass du eigentlich ab dem ersten Tag mit diesem weißen Kittel dich anders fühlst. Es ist tatsächlich so. Es ist schon so. Kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ist ja hier alles irgendwo meine Ansicht. Vielleicht hört es jemand und denkt sich, was ist mit der los? Klar, ist ja immer so. Aber ich für mich kann schon sagen, das ist schon was mit einem macht. Und mich persönlich hat es auch unter Druck gesetzt, weil diese Zeiten, in denen du halt sagen kannst, okay, die praktische Arbeit ist halt einfach kacke gelaufen, so ungefähr, die sind halt vorbei. Ab jetzt läuft es um den weißen Kittel rum, der dir irgendwie diese Rolle aufsetzt, dass du was kannst. Die Patienten sprechen dich auf den Gang an. Hey, wo komme ich da hin? Oder die sehen dich als Arzt. Und auch in der Familie habe ich es schon gemerkt. Ich habe überhaupt kein Ärzteumfeld. Und auf einmal warst du halt die Frau Doktor im Grunde jetzt schon. Und es macht schon was mit dir. Es bringt sich dazu, Schwäche auszuradieren. Ganz schöner Druck. Da merke ich beim Zuhören schon, wie ich flacher atme. Definitiv. Flacher atmen war, glaube ich, nur eine Sache, die ich irgendwann bei mir festgestellt habe. Und konntest du es zuordnen, dass es an diesem Bereich liegt? Weil, wenn ich jetzt so im Klientenkreis gucke, es überträgt sich ja. Dann läuft irgendwie die Beziehung schwierig, dann ist es im Freundeskreis schwierig, dann hat man so wenig Zeit. Und dann das, was du vorhin gemeint hast, diese allgemeine Unzufriedenheit, die sich einschleicht, die muss man ja erst mal zuordnen können. Total. War dir das klar, dass das vom Studium, von dem Bereich kommt? Überhaupt nicht. Also ich wusste, dass irgendwas mit mir anders ist, als es früher mal war. Und dass ich mich verändert habe. Und das hat mir nicht gefallen, weil ich mich eigentlich mochte, wie ich war früher. Und deswegen kam dann, glaube ich, auch so dieser extreme Wunsch, eben durch diesen Abstand mit Corona. Und ich war dann auch eine lange Zeit mal in den Bergen im Urlaub. Und da ist mir wirklich irgendwann mal nachts um drei, in den Sommerferien damals war das, bin ich aufgewacht und im Grunde schweißgebadet im Bett gelegen und dachte mir, ich will überhaupt nicht mehr in meinen Alltag zurück, weil mir geht es gerade so gut. Und da steht aber noch dieses Examensjahr vor mir. Und ich habe dann auch ab dem ersten Tag wieder in der Uni gemerkt, dass ich so anders mich fühle, dass es einfach nicht, das kann ich nicht zulassen für mein Leben so ungefähr. Und da ging es dann im Grunde los, dass ich mir dachte, okay, ich glaube, es liegt doch an dem Studium. Und habe dann natürlich auch erst mal so ein bisschen meinen Freund davon erzählt und gesagt, ja, es kann sein, dass ich vielleicht irgendwie im falschen Weg bin oder auch gar nicht als Zahnärztin arbeiten kann. Und da habe ich schon gemerkt, allein, wo ich das ausgesprochen habe, ja, was sich da schon getan hat. Also Tränen und ich wusste immer nicht, liegt es an mir. Das ist natürlich schon immer dieser Punkt, liegt es an mir, bin ich einfach zu schwach. Das denke ich mir auch heute noch. Also ich bin auch heute noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, es liegt zu 100 Prozent nicht an mir und an meiner psychischen Verfassung vielleicht auch, keine Ahnung. Und das ist auch immer wieder ein Punkt, der mich emotional werden lässt, wenn die Leute tiefer graben. Definitiv. Und da kannst du dir vorstellen, wie das noch ganz am Anfang war, wo ich das erkannt habe, dass es eben, ja, nicht leicht war. Ja, voll. Ich glaube, mein erster Gedanke wäre tatsächlich, wenn ich da ehrlich bin, auch gewesen, ja, sie hat bestimmt Schieß vorm Examen. Jetzt so ein Staatsexamen ist ja eine riesenfette Nummer. Genau, das habe ich mir auch gedacht, dass es vielleicht das ist. Klar, wenn du halt auch eine Zeit lang hast, wo deine Nerven im Grunde blank liegen, warum auch immer, kommt natürlich auch eine gewisse Prüfungsangst dazu, die ich so auch nicht von mir kannte. Ich war immer recht klar mit Prüfungen. Und dann hast du auf einmal im Grunde ja vor allem Angst, du hast irgendwie Angst vor der nächsten Behandlung, der nächsten Prüfung und auch vor allem, was danach kommt. Und deswegen, das ist ja erst mal eine riesen Angstwelle. Und du musst wirklich erst mal anfangen, rauszufinden, woher es kommt und woran es liegt. Das ist auf jeden Fall. Und natürlich, wenn du deinen Eltern oder, als ich meinen Eltern davon erzählte, war es halt auch so, ja, das Examen halt, das Examen halt. Aber du hast dann drüber geredet, nicht nur mit deinem Freund, sondern du hast dann angefangen, andere einzuweihen. Richtig. Und ich habe dann auch, weil ich eben so sauer irgendwie war, dass ich so anders bin als früher, habe ich mir dann auch echt Hilfe geholt. Ja. Auch eine Sache, die, glaube ich, super verschrien ist in dieser Branche. Du darfst dir ja auch nicht offiziell Hilfe holen in Form von einer Therapie oder so, weil das würde deine Berufsunfähigkeit überschatten. Das ist auch im Studium schon bekannt. Und deswegen habe ich mir dann erst mal unabhängig Hilfe geholt, was ja auch natürlich ins Geld dann ging. Aber das war es mir einfach wert, weil ich da halt im Grunde gesagt habe, okay, ich möchte jetzt rausfinden, liegt es an mir oder liegt es an dem Job? Und ich glaube, das ist halt eine Frage, da steckst du so tief drin, die kannst du nicht alleine für dich beantworten. Und das war dann auch wirklich mein Glück im Grunde, dass ich das gemacht habe. Und da, wo du gelandet bist, sind dann die richtigen Fragen gestellt worden oder wie? Ich habe mir dann Hilfe geholt bei deinem Kollegen eben und das war schon die richtige Anlaufstelle, weil ich halt gemerkt habe, dass so viel mehr im Grunde auch hinter diesen ganzen Ängsten und Fragen steckt. Und ich bin da ja auch hin und habe gesagt, ja, ich glaube, dieses Studium hat mich komplett zerstört. Ich bin einfach sauer drauf und ich glaube, ich muss es aufhören, weil es macht mich irgendwie kaputt. Und dann halt erst mal so rauszufinden, okay, vielleicht, ja, es ist ja quasi auch immer die Frage, wie kommst du in ein Studium rein, mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen Vorstellungen, mit welchen Rollen, die du vielleicht in den weißen Kittel steckst, warum tust du das? Und wo kommen diese Dinge her? Ja, und ja, das habe ich halt besprechen können und mir dann auch die Frage gestellt, will ich das weitermachen oder will ich es nicht weitermachen? Ein Jahr vorm Examen. Und natürlich ist da diese Sache so, dass du dir denkst, okay, was mache ich ein Jahr davor? Ich brauche eine Entscheidung. Ja. Und es war keine leichte Zeit. Was war ausschlaggebend, dass du es jetzt durchgezogen hast? Obwohl du dann schon wusstest, es wird nicht der Bereich sein, in dem du arbeiten möchtest? Also ich glaube, dass so eine Examenszeit, und das habe ich jetzt auch gemerkt, nicht nur diesen Abschluss liefern kann, sondern dass es im Grunde auch ein extremer Meilenstein in dem Leben sein kann, in dem man viel über sich selber lernt. Und das habe ich mir halt vorgenommen und ich glaube schon, dass dieser Abschluss und meine Doktorarbeit, das ist ja das Nächste, die liegt im Grunde auch schon in der Schublade. Ich war halt immer ein sehr, sehr straighter Mensch, ohne das Ganze zu hinterfragen. Und die liegt halt auch schon in der Schublade, wie gesagt. Und ich glaube schon, dass dieser Abschluss, dieses abgeschlossene Medizinstudium im Grunde, mir noch irgendwas im Leben bringen kann. Und alleine dieses Ding, ich kann über meine Ängste gehen und ich muss ihnen nicht ausweichen. Ich glaube, das war auch noch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will einfach mich so einer Extremsituation aussetzen und habe da auch super viel über mich erfahren und habe es auch nicht bereut, es jetzt fertig gemacht zu haben. Ich glaube, dass das auch sehr dem vorbeugt, wenn du es jetzt abgebrochen hättest, hättest du dich vermutlich gefragt, hat es doch am Examen gelegen, was wäre gewesen und so. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier und dann auch noch ein Einser-Examen, ich könnte, aber ich mag immer noch nicht. Richtig. Das gibt zu viel mehr Klarheit. Genau. Und deswegen, glaube ich, kann ich jetzt aussitzen und hier lachen, weil ich halt sage, na ja, ich könnte es schon machen, ich könnte mich maximal verbiegen. Ich glaube, ich würde mich da schon reinfuchsen. Und wer weiß, vielleicht, ich will es mir auch heute noch überhaupt nicht zu 100 Prozent verbieten, dass ich einfach mit sehr viel Abstand zu der Uni irgendwann sagen könnte, okay, jetzt ist vielleicht der Punkt, aber heute kann ich das nicht sagen. Und wie du schon sagst, ich glaube, ich kann jetzt sagen, ich könnte es anders werden, aber es reicht mir auch einfach nicht, weil es mir zu langweilig ist, blöd gesagt. Weil ich was in mir habe, und das habe ich ja dann auch in dem Podcast, den ich auch in der schweren Zeit sozusagen von einem Jahr gestartet habe, mir zeigen wollen, dass ich das schon verknüpfen kann, meine Welt und meine Kreativität und meine Leidenschaften, sage ich jetzt mal, mit der Zahnmedizin. Das ist schon noch eine Sache, wo ich sage, es ist ja schon auch ein interessantes Feld. Also die Theorie dahinter fand ich nie langweilig. Ich habe es jetzt auch im Examen gemerkt, die Fächer an sich, das Medizinische, das ist ja was, was du auch mitnehmen kannst. Magst du deinen Podcast kurz vorstellen, wenn du schon das Stichwort gegeben hast? Ja, das ist im Grunde der Dentalstarter-Podcast. Ist vermutlich jetzt eher uninteressant für Menschen, die nicht aus der Branche kommen. Wobei ich auch ein paar Hörer habe, die die ein oder anderen Folgen auch interessant finden. Da geht es um, ja, anfangs habe ich es vorwiegend über verschiedene Berufszweige gemacht, um einfach den Studierenden eine Plattform zu schaffen, dass sie halt sich ein bisschen orientieren können außerhalb dieses so, ja, so linearen Unialltags, der halt vorgibt, dass du so oder so zu sein hast. Und ich habe eben vor dem Studium schon mal bei so einer Talkshow die Menschen gecastet und einfach gemerkt, wie vielfältig, wie unterschiedlich Menschen, sondern ich war irgendwie überzeugt davon, dass auch in der Zahnmedizin interessante Menschen da sind und Menschen, die eben nicht nur die geradlinigen Wege gegangen sind. Also du hast das für dich rausgefunden und hast dann gleich geteilt, gleich andere mitgenommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das als Podcast zu machen? Weil du hättest das ja auch rein privat für dich gucken können, was es da noch so gibt. Ja, aber vielleicht wollte ich damit auch einfach mir und der Welt zeigen, wer ich eigentlich bin. Und so, ich glaube, ich bin halt anders. Und ich bin, ich habe, ich sage auch immer zu deinem Kollegen oder habe mal gesagt, ich bin halt in diesem Studium so ein bisschen oder fühle mich wie diese gelbe Erbse unter, ja, die gelbe Erbse unter, in der Dose von grünen Erbsen. Und das ist halt, das kann man jetzt so oder so sehen. Und ich glaube, viele, ja, sehen halt einige Dinge ganz schön schräg und sehr sprunghaft. Und dich jetzt mal, wenn die auf dich gucken, denken sie, du bist sprunghaft, weil du jetzt zwei Studien gemacht hast. Genau. Beide abgeschlossen. Ja, genau. Und in beiden nicht arbeiten möchtest. Ja, in beiden nicht arbeiten, das ist ja noch nicht ganz raus, sage ich mal. Vielleicht finde ich ja meine Nische. Aber das meinst du mit sprunghaft, weil du nicht diesen vorgegebenen Weg gehst. Genau. Und ich glaube, deswegen konnten mich viele ganz lange auch überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht bist du halt einfach sehr bunt unter dem weißen Kittel. Schön ausgedrückt, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall bespreche ich halt im Podcast nochmal, um darauf nochmal zurückzukommen, ist es mir halt schon auch wichtig, da den Leuten zu zeigen, okay, es ist okay, wenn du anders bist in der Branche. Und schau mal, es gibt so viele Leute, die haben diesen und diesen Traum gehabt und den umgesetzt oder machen neben ihrer Praxis noch Schreiben für irgendein Luxusmagazin oder so, hatte ich jetzt erst letztens wieder eine. Oder die Menschen hatten auch schon mit Ängsten zu kämpfen oder stehen jetzt vor der Praxiseröffnung. Was umtreibt die? Darüber redet halt keiner. Und ich glaube, deswegen wollte ich es auch als Podcast machen und nicht nur für mich, weil es Themen sind, die viel zu wenig besprochen werden im Studium. Es geht ja immer nur um das Handfeste und nie um diese Soft-Skills. Und da sehe ich definitiv auch eine Lücke, die ich vielleicht decken kann und will und auch den Studenten, eben auch den Studierenden da zu zeigen, es gäbe eine Plattform oder vielleicht möchte ich auch die Plattform sein, wo sie mit ihren Zweifeln kommen können, wo sie auch mal sagen können, Mensch, heute habe ich das Gefühl, passt das Studium einfach nicht zu mir, ich meine, ich finde es auch irgendwie so traurig, dass dieses Zweifeln so oft mit Scheitern gleichgesetzt wird. Das nervt mich. Und natürlich, ich bin 27, ich will auch an den Punkt kommen, wo ich sage, es darf Ruhe einkehren in meinem Leben. Ich komme auch mal wo an. Das ist ja ein Zustand, nach dem ich mich schon sehne. Und ich weiß nicht, ob sich jeder danach sehnt, aber so eine gewisse Stabilität tut halt einfach gut, weil sie entspannt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir vornehme, mir alle drei Jahre eine neue Richtung zu überlegen. Aber ich glaube, ich bin jetzt dadurch halt das erste Mal an den Punkt gekommen, dass ich mir überhaupt überlege, wer bin ich und warum mache ich überhaupt irgendwas und was macht mir eigentlich Spaß? Wie hast du dein erstes Studium ausgesucht? Ja, das war ganz witzig, weil das war wirklich die klassische Bauchentscheidung. Und das war im Nachhinein gar nicht so dumm eigentlich. Das war mein Glück, weil ich glaube, hätte ich das nicht gehabt. Und ich habe mal kurz überlegt, direkt Salmedizin zu studieren, weil ich hatte damals schon Abi von 1,4. Und das ist auch ein Schnitt, wo du schon gesagt bekommst, ja, puh, mach mal was aus deinem Leben. Und dann sage ich hier, naja, ich mache aber eigentlich jetzt Medien und Kommunikation. Das ist nicht so anerkannt. Und ich habe sogar während des Studiums auch da super viele Praktika gemacht und in einem auch mal zu hören bekommen, okay, studierst du auch noch was Richtiges oder machst du nur Medien und Kommunikation? Oder wenn ich sage, okay, ich könnte mir vorstellen, in ein Volontariat zu gehen. Ja, Volontariat, da steckt doch schon das Wort freiwillig drin. Das ist doch nicht bezahlt, oder? Und Klischees ohne Ende. Also Menschen denken in Klischees. Und ich habe das eben damals nach Bauchgefühl ausgewählt, weil damals in der Schulzeit hatte ich einen Freund, der schon studiert hat in Passau war das damals. Und da bin ich, habe ich mich schon komplett in diese Stadt irgendwie verliebt, in dieses Studentenleben und habe da eben auch schon mit ein paar Mädels gesprochen, die halt Medien und Kommunikation gemacht haben. Und ich hatte schon auch in der Schulzeit, ich wollte eigentlich immer ins Radio, das muss ich echt sagen, und habe da auch schon Praktikum damals gemacht. Beim Bayerischen Rundfunk war das in der 10. Klasse. Und deswegen, es hat sich einfach stimmig angefühlt in dem Moment. Das war dann eine Entscheidung aus Freude. Genau. Und das ist eigentlich so ganz spannend, weil ich glaube, dieses Medienstudium war so wirklich eine Entscheidung aus Freude und Nullverstand. Und währenddessen hatte ich aber trotzdem noch diese Verstandsstimme im Kopf. Und das war für mich immer das Medizinstudium, weil mich hat es schon extrem interessiert. So ist es nicht. Wie gesagt, ich finde es auch immer noch eine tolle Theorie und fand es im Medienstudium immer anstrengend, dass es alles unkonkret war. Und so eine Laberbranche, die so super stark im Umbruch auch war, damals vor fünf, sechs Jahren, war das mit der Digitalisierung ja noch ein bisschen neuer. Alle Unternehmen, sämtliche Zeitungen, wo ich gearbeitet habe, alle waren im Umbruch. Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass mir diese Branche in irgendeiner Form mal Sicherheit geben kann. Und da war ja noch dieses, du bist ja eigentlich für was Besseres bestimmt, blöd gesagt, im Kopf. Und da kam dann einfach dieser, im Grunde schon damals, auch im dritten Semester, habe ich mir gedacht, nee, ich muss diesen Mediziner-Test, ich will diesen Mediziner-Test machen und ich will das unbedingt machen. Das ist total spannend. Das heißt, du hast auf der einen Seite dieses voll kreative, ich mache mal in Anführungszeichen ein bisschen flatterhafte und dann diesen ganz engen, straighten Weg. Aber das klingt doch perfekt, um es jetzt zusammenzubasteln. Ja, das klingt perfekt, aber es ist nicht leicht, die Menschen da mitzunehmen und dich nicht völlig als naiv, sprunghaft, weiß nie, was sie will. Ich hatte damals auch im ersten Studium, ich war da auch wirklich gut drin, also ich hatte so ein journalistisches Stipendium. Das habe ich dann auch abgebrochen und weiß noch gut, wie es damals hieß, als ich gesagt habe, für Zahnmedizin so, die waren vor den Kopf gestoßen. Also, glaube ich, konnte keiner nachvollziehen. Das ist ja auch ein harter Schnitt. Ja, genau. Und es ist immer wieder dieses Ding, dass es mir jetzt erst bewusst wird, wie, ja, wie naiv, oder wie auch immer, wenn man es sagen will. Von welchen Leuten redest du denn da, die dich dann für sprunghaft halten? Also sind das Leute, die dir wichtig sind oder was man halt dann so über dich sagt? Weil ich frage mich gerade, warum das so wichtig ist, weißt du? Ja, dann finden die dich halt sprunghaft. Ja, und? Klar, aber da musst du halt erst mal drüberstehen. Na, kommt drauf an, wer es ist. Wenn es jetzt die ganze enge Familie ist oder dein Freund oder so, redet sich das natürlich nicht mehr so leicht. Voll. Ich glaube, dass ich da an sich schon Glück habe, aber dass das vor allem in meinem Kopf war. Genau. Darauf will ich hinaus. Wenn das mehr so ist, dass du dich dann für sprunghaft und naiv und so hältst, dann hast du ein Problem. Richtig. Und das ist ja, glaube ich, immer so, was machst du selbst draus? Ja. Und ich lerne halt gerade oder habe gelernt, dass es einfach am wichtigsten ist, dass man selbst glücklich ist. Und selbst wenn es das Umfeld nicht versteht, dann ist es halt auch so. Aber das ist halt ein Weg. Und ich glaube, da hängt so viel halt auch dran. Erziehung, wie bist du aufgewachsen? Ich hatte einen großen Bruder zum Beispiel, auf dessen Meinung ich immer sehr viel auch gegeben habe. Und ja, wenn du halt schon so aufwächst mit so einer Orientierung von außen suchen, dann baust du dir halt diesen Druck im Kopf selbst auf. Ist dein Bruder einen straighten Weg gegangen? Und er ist einen sehr straighten Weg gegangen. Genau. Und er ist eher so der logiger Typ, würde ich sagen. Also schon so eher ... Ich lache, weil sich dein Gesichtsausdruck sofort verändert. Ja, ich, nee, ich, also ... Nichts mit Sprunghaft. Nee, da bin ich, ja, aber das war auch schon immer so. Das ist, also wenn man auch mal zurückblickt, war ich halt einfach schon immer der kreativere, emotionalere und ideenreiche Part, glaube ich, bei uns in der Familie. Also ich war früher schon die, ich wollte immer auch Vorführungen planen. Wir haben halt, ich wollte immer die Regie übernehmen. Wir haben Wetten, das nachgespielt, etc., etc. Also ich war halt der Showmaster zu Hause. Und deswegen, mein Opa hat schon immer gesagt, du, du gehst mal, du wirst mal irgendwie Medienmensch oder so. Ja. Da ist Zahnmedizin dann natürlich echt witzig. Richtig, deswegen ist es im Nachhinein kein Wunder, dass ich mich da irgendwie unwohl drin gefühlt habe. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, wenn es auf dem Papier steht. Jein. Jetzt gerade vielleicht. Wenn du in fünf Jahren zurückguckst, war es vielleicht genau der richtige Baustein. Ja. Weil es ist ja erst mal eine Blickwinkel-Sache, ne? Du kannst sagen, sprunghaft und unbeständig. Du könntest aber auch sagen, flexibel und offen. Ja. Weil ich meine, du hast ja beide Studien abgeschlossen. Dir kann ja keiner vorwerfen, du fängst heute das an, morgen das, palim, palim, ich gucke mal. Sondern du hast es ja durchgezogen. Und das auch über Jahre. Schon. Aber ich höre zum Beispiel auch einen Podcast, der heißt Das Ziel ist im Weg. Schöner Titel. Richtig. Und da sehe ich das auch schon so ein bisschen, dieses Ding. Ja, manchmal wäre vielleicht Abbrechen auch nicht das Falsche gewesen. Hm. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Und mein Gott. Ja, und du hast ja gesagt, das Ding war, dich den Ängsten zu stellen. Und so wie du es erzählst, habe ich schon echt den Eindruck, das war wichtig, um rauszufinden, das, was du vorhin gesagt hast, liegt es an dir oder liegt es tatsächlich am Fach. Und in dem Moment, wo du dir beweist, du kannst es, zieht ja dieses ganze Ich bin nicht dazu und der Lage nicht mehr. Doch, du kannst es. Du willst nur nicht. Es macht keinen Spaß. Ja, richtig. Das ist eine völlig andere Nummer. Und ich glaube schon, dass ich wusste, ich muss es durchziehen oder ich möchte es machen, dieses Medizinstudium, weil ich sonst wahrscheinlich in meiner Medienkarriere, in Anführungsstrichen, wie sie vielleicht auch, immer gekommen wäre, irgendwann an dem Punkt stehen oder gestanden wäre, wo ich gesagt hätte, wäre ich doch mal Arzt geworden. Ja, genau. Ich habe zwei enge Freundinnen, die haben beide Doktortitel in völlig verschiedenen Bereichen. Und die eine hat das über zehn Jahre gezogen, mit vielen Jahren Pause und so. Und die hat das irgendwann fertig gemacht und beide nutzen diesen Doktortitel überhaupt nicht. Ja. Also weder privat noch beruflich. und trotzdem war es für beide total wichtig, das durchzuziehen, weil die unheimlich viel über sich gelernt haben. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also da ging es eben nicht um das äußere Ergebnis, sondern um den Weg, diese ganzen inneren Prozesse. Richtig. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, ich habe ja gleich, glaube ich, hier im ersten oder zweiten Satz gesagt, dass ich das Staatsexamen mit einem Einserschnitt gemacht habe, der das jetzt jedem unter die Nase bindet, sondern ich glaube, ich habe es nur deswegen mit einem Einserschnitt gemacht, weil ich eben mit einer gewissen Grundentspanntheit da rangegangen bin von diesem, ja, ich gehe da jetzt rein und wenn es nicht klappt, dann bin ich auch glücklich. Und das hat mich auf einmal zu Leistungen gebracht, die ich überhaupt nie gedacht hätte, weil ich schon auch immer ein Typ war, ja, die in Prüfungen zwar, ich hatte nie Prüfungsangst, aber schon ein bisschen, ich fand es schon oft schade, dass ich nie zu meinem Leistungsmaximum in der Prüfung gekommen bin. Und das ist halt durch diese Einstellungsänderung hat sich das geändert und auf einmal lief es und dieses Feedback, ja, genau, dieses Feedback, das du dann bekommst, so nach dem Motto, Mensch, toll erklärt, voll entspannt da reingegangen und so weiter. Du hast ja dann, es waren ja alles mündliche Prüfungen. Okay. Das ist für die meisten der absolute Horror, weil die meisten mögen eben nicht so gern sprechen in dem Studium, sondern lieber halt handwerklich arbeiten gefühlt oder, ja, man musste es auch noch nie mündliche Prüfungen oder mündliche Leistungen abliefern und ich glaube, das war was, wo ich mir auch gedacht habe, tja, es war ja auch zum Beispiel den Podcast, als ich den gestartet habe von dem Jahr, keiner konnte verstehen, warum ich das mache. Es war so, zum einen, wieso tust du dir das an, jetzt ein Jahr vor dem Examen und wie lange machst du es und wann hörst du es wieder auf? Das waren eigentlich immer so die Fragen. Oh, wie nett. Wann hörst du dein neues Projekt wieder auf? Ja, genau. Schammern. So, wann hörst du es wieder auf? Weil es gibt dir jetzt Wichtigeres zu tun. Nach dem Motto, verzettel dich nicht, konzentrier dich. Und ich musste aber feststellen, dass das genau das Projekt war, das mich zu diesem Einzelschnitt bestimmt gebracht hat, weil ich gelernt habe, in mündlichen Situationen, also im Gespräch, ruhig zu bleiben und konzentriert zu bleiben und den Leuten zu folgen und in Ruhe zu sprechen. Und tja, vielleicht war das einfach meine wichtigste Examsvorbereitung. Auch nicht den erwartbaren, linearen Weg. Nee. Ja, aber das zeigt ja, dass es halt einfach unterschiedliche Wege gibt, um zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen. Richtig. Das ist aber, wie gesagt, eine Sache, die man vielleicht auch einfach erzählen darf. Deswegen sitze ich auch hier. Unbedingt. Ich finde, das wäre so viel leichter, wenn man gucken, also wenn man sich selber erst mal zugestehen darf, hey, ich darf mal nach links und rechts gucken und vielleicht ist mein Weg halt nicht der an der Mitte, sondern der geschlängelte nebenan. Voll. Und das haben wir hier in den letzten Folgen, den Podcast gibt es jetzt auch seit, warte, anderthalb Jahren. Krass, seit anderthalb Jahren schon. Und das sind ja auch immer wieder Geschichten, wo es so Alternativ- Lebensentwürfe gibt, wo da auch immer wieder Leute daneben stehen und sagen, ja, das kannst du so nicht machen. Doch, kann ich. Funktioniert super. Ich habe auch heute Morgen wieder gedacht, oh Gott, muss ich es noch absagen, so ungefähr, weil ich immer noch auch an einem Punkt bin, wo ich sage, in dieser Branche, ich weiß, ich kenne diese Branche, auch durch den Podcast jetzt, also diese Zani-Family kann man ja im Grunde sagen. Süß. Ja, aber wie es halt immer so schön ist, eine Familie ist nicht immer leicht und mit sehr vielen Erwartungen verbunden und da ist eine sehr geringe Offenheit, würde ich sagen. Und was ich so mitbekomme und ja, was man so, was ich aus sicheren Quellen weiß, ist, dass die Unzufriedenheit in dieser Branche hoch ist. Also, das hatte ich auch mal in meinem Podcast thematisiert, das war, glaube ich, eine Studie 2010. Zitrate, ne? Genau. Dass zum einen und zum anderen gaben in dieser Studie halt an, 44 Prozent der befragten Zahnärztinnen und Zahnärztinnen, dass sie depressive Symptome wie Ängste, wie Schlaflosigkeit, wie Abgeschlagenheit haben. Also, es ist fast die Hälfte, wo ich mir denke, ich möchte jetzt nicht dieses Berufsfeld, in das ich vermutlich nicht eintauchen möchte, schlecht machen, aber ich meine zu behaupten, dass da schon eine gewisse Unzufriedenheit da ist, über die aber keiner spricht. War das in dieser Studie bezogen auf den Beruf? Das war, genau, eine Studie, die unter Zahnärzten und Zahnärztinnen durchgeführt wurde von der Uni Heidelberg. Hast du auswendig parat, in welcher Folge du darüber redest? Ja, das war in der Folge mit der Psychotherapeutin über Burnout im Beruf. Weil ihr lieben ich verlinke euch den Dentalstarter-Podcast sowieso, dann könnt ihr da mal reinhören. Das ist nämlich echt ein spannendes Feld auch. Ich glaube, ich habe in die Folge sogar reingehört. Ja, es gab zwei mit der Psychotherapeutin. Ja, genau. Da merkt man ja schon, dass mir bestimmte Themen, die jetzt vielleicht für den, auf den ersten Blick nicht ganz so zahnärztlich scheinen, wichtig sind. Ja, am Ende sind halt auch Zahnärzte Menschen, ne? Richtig. Mit genau den gleichen Ängsten, Zweifeln, Problemen wie alle anderen auch. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was viele Hörer dann doch zu meinem Podcast auch bewegt, weil, vielleicht gerade, weil es manchmal um Gefühle geht, es ist ein, ein sehr fremdes Feld, weil nicht Evidenz passiert, aber, mein Gott, vielleicht geht es mir halt um diese Themen und wer zuhören mag, hört zu und wer nicht, der nicht und es war, glaube ich, nicht, also ich musste von einem Jahr, als ich den Podcast gestartet habe, wäre ich jetzt nicht direkt mit den Themen reingestartet, aber ich weiß, dass es mir mehr und mehr darum gehen wird und sich dann vielleicht die Zuhörerschaft auch in diese Richtung ändern wird oder mitbewegen, besser gesagt. Mitbewegen, schön. Okay, ich vermute, dass viele, die zuhören, es schon unter die Nägel brennt, was machst du denn jetzt? Und ich finde die Frage fast vermessen, wenn du sagst, dein Examen ist gerade mal drei Wochen her, weil idealerweise machst du gerade mal nichts. Richtig. Aber hast du schon irgendeine Idee, wie es jetzt für dich weitergeht, wenn du den klassischen, erwartbaren, rollenerfüllenden Weg für dich zumindest vorerst ausschließt? Also ich muss sagen, du hast recht, vor drei Wochen erst hatte ich Examen und ehrlich gesagt kann ich jetzt schon sagen, dass die Zeit jetzt gerade danach für meinen Kopf anstrengender ist als währenddessen. Klar, währenddessen Stoff ohne Ende reinballern, jetzt jeden Tag diese Frage beantworten, die du mir stellst und das ist nicht übertrieben, sondern es ist jeden Tag, werde ich das gefragt und ich darf da auch, glaube ich, jeden Tag dazu lernen. Also nicht nur, dass du dir das jeden Tag von außen und die meisten fragen nicht, was machst du jetzt, sondern wo machst du jetzt deine Assistenzzeit? Wo dann so dieses Ding kommt, okay, wie, was erzählst du? Genau. Weil du es noch nicht weißt oder weil du es gar nicht so öffentlich machen willst? Es ist was, wo, also es sind ja Gedanken, die ich schon jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr hatte und ich werde auch immer besser drin in dem, was ich wirklich machen will und ich habe mir auch Zeitslots im Examen rausgenommen, ich habe 100 Seiten Tagebuch geschrieben. Beeindruckend. Ja, weil ich mir einfach Zeit nehmen wollte, zu sagen, okay, was machen deine Gedanken gerade außerhalb dieses ganzen Stoffgedöns und das heißt, es ist da schon, es sind schon ziemlich klare Entwürfe in meinem Kopf, die aber immer noch und immer wieder auch gerne durchgeschüttelt werden durch dieses Feedback, das ich gerade von außen bekomme. So kam ich eigentlich vor einer Woche an den Punkt, dass ich mal eine Liste gemacht habe, Herz versus Verstandsliste und mir auch eine sehr gute Freundin dazu genommen habe, die sich selbst mit ihrem eigenen kreativen Projekt selbstständig gemacht hat und in ihrer Branche auch nicht den geradlinigen Weg gegangen ist und sie mir auch nochmal verdeutlicht hat, Eva, alles, was auf deiner Verstandesliste steht, ist beeinflusst von dem, was andere denken und immer wieder, wenn ich das höre und mir selbstbewusst mache, erlaube ich mir mehr, meinem Weg nachzugehen und ja, das ist halt erstmal das, dass ich jetzt kurzfristig eine Reise machen werde, um das nochmal zu festigen und zwar auch alleine, wo ich sage, ich brauche Zeit ohne Beeinflussung und nebenbei mache ich jetzt schon extrem viele Projekte und merke auch, dass sich viel ergibt, weil ich ein bisschen mehr zeige, wer ich bin. Es kommen Verlage auf mich zu und ja, auch der Podcast entwickelt sich gerade relativ schnell und mir schweben auch noch einige Projekte vor, um eben mehr Offenheit in diese Branche zu bringen und dieser Grundgedanke, dass ich mit Menschen arbeiten will und Menschen helfen will, ist immer noch da, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich ihnen anders helfen will und zwar auch genau in der Phase, wo ich selber stand und sie da an die Hand zu nehmen und ob es dazu nochmal eine spezielle Weiterbildung braucht, das weiß ich noch nicht ganz genau. Auch wieder ein ganz guter Punkt, der eben meine Freundin gemeint hat, gebe das vor, zu sein, was du sein willst und dann bist du es auch, so nach dem Motto, ich glaube, wenn du anfängst, daran zu glauben, was du sein willst und das auch nach außen zu verkörpern, dann ziehst du auch schon das an, was du willst und ich glaube, dass ich darauf einfach vertraue und auch eine Sache, was machst du jetzt? Ich vertraue einfach zum ersten Mal in meinem Leben aufs Leben, ohne, dass ich wahnsinnig aktiv bin und lasse mich einfach ein bisschen treiben. Ich glaube, das ist mein Plan fürs nächste halbe Jahr, einfach mir zu erlauben, die Gedanken fließen zu lassen. Das klingt traumhaft. Zu romantisch. Nein, das klingt total schön und so verdient auch. Wieso? Eben, das ist mein Examsgeschenk. Es kommen ja jetzt doch einige Jahre, stoßen wir an oder auch eine Sache, das war am ersten Tag danach, hat mir auch jemand im Podcast geschrieben, auch aus der zahnärztlichen Branche, so nach dem Motto, heute voll Abschuss, weil der Ernst des Lebens wird dich sehr schnell wieder überkommen, wo ich so meinte, oh wie ätzend. Richtig, was ist denn das für eine Aussicht? Vielleicht, ich habe dann auch geantwortet, vielleicht gestalte ich mir das Leben einfach geil. Kam nichts mehr. Also ich glaube, ich habe da gerade so eine naive Wunschvorstellung in meinem Kopf und ein bisschen Pipi Lotta mäßig. Richtig, ich muss halt schauen, wie sehr die Menschen Recht haben, die sagen, naja, da ist aber auch noch sowas wie Rentenversicherung und alles Mögliche und so fort. Also die Realisten um mich herum, die natürlich eine Macht ausüben und das ist halt gerade so eine Gratwanderung, die diese Zeit spannend macht, aber auch wieder mal nicht leicht macht. Ja, du bist ja nicht gebunden für immer und ewig. Die nächsten Entscheidungen, die du triffst, sind ja auch wieder veränderbar. Hast du so ein Zeitfenster, falls du dich irgendwann entscheiden solltest, ganz theoretisch doch noch in diese Assistenzzeit zu gehen? Ja, das wird auf jeden Fall das nächste Jahr werden. Also ich glaube, das ist... Na, gar nicht für dich, sondern ich meine ja zu allgemein. Beim Lehramt ist es ja zum Beispiel so, dass du nach dem Examen nur, keine Ahnung, sechs Jahre Zeit hast oder so. Wenn du bis dahin nicht im Ref warst, warst das erst mal. Leg mich nicht auf die sechs Jahre fest, aber es gibt ein Zeitfenster. Ist das bei dir ähnlich oder könntest du auch, wenn du sagst, so, in zehn Jahren, jetzt habe ich mich ausgetobt, jetzt hätte ich es doch gern nochmal probiert. Ginge das noch? Habe ich jetzt noch nie schwarz auf weiß irgendwo gelesen, aber ich glaube, dass es prinzipiell schon ginge. Weil theoretisch, wenn du jetzt Kinder kriegen würdest, weißt du, sagst, ich bleibe jetzt erst mal zu Hause und starte es dann später, das muss ja bestimmt irgendwie möglich sein. Genau, also ich weiß, dass, das ist ja auch eine Sache, ich kriege jetzt jeden Tag diese Fragen, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele zum Beispiel auch noch nicht mal mit ihrer Doktorarbeit angefangen haben und das ist jetzt für die meisten der nächste Meilenstein wird. Das heißt, die meisten fangen nicht vor einem halben Jahr bis Jahr überhaupt mit der Assistenzzeit an. Bei mir ist halt der Unterschied, dass ich mir jetzt in der Zeit Gedanken machen möchte, aber ausgeschlossen, würde ich sagen, ist dieser Weg nie. Eben. Und das gibt ja auch noch mal einen Funken Sicherheit, wenn du weißt, naja, die Tür bleibt ja offen. Klar. Also nur weil du dich entscheidest, jetzt nicht durchzugehen, verschwindet die ja nicht. Also so für diesen Sicherheitsanteil in sich, weißt du? Auf jeden Fall, nur ich glaube, dass man relativ schnell, dass man wieder bei der Zani-Family den Ruf halt bekommt, ah ja, die möchte es ja gar nicht. Also kann sie auch nicht gut darin werden. auch eine Sache, die ich so unterschreiben würde, aber ist ja auch so ein Punkt, wenn man es in einem Jahr will. So das Leben ist ja der dynamische Prozess. Wenn man es in einem Jahr wirklich möchte, dann steht man ja auch wieder dahinter und ich finde es einfach schwierig, dass man sich festlegen, also dass man von Anfang an suggeriert bekommt im Leben, dass man sich irgendwann wirklich so stark festlegen muss. Und dann grinst du dich wieder, weil dann würde ich mir tatsächlich eher lieber nachsagen lassen, ich wäre naiv. Weil naiv heißt einfach unvoreingenommen. Weißt du? Ja, dann bist du unvoreingenommen. Und erlaubst dir die Freiheit, dass du deine Meinung ändern darfst. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, was für Projekte dir vorschweben oder sind das noch Babys, die du hüten möchtest? Wäre auch voll okay, wenn du noch im Träumen bist und Sortieren und das erst mal so in deiner Welt machen möchtest. Aber vielleicht gibt es ja schon was, was du mal so raushauen möchtest. Ja, im Grunde, glaube ich, ist da einfach dieser Traum und zu sehr möchte ich jetzt noch nicht ins Detail gehen, aber da ist ein Konzept, das sich gerade in meinem Kopf formt, ohne dass ich überhaupt irgendwas dagegen tun kann, dass es bald eine Plattform geben muss, wo sich Zahnärzte über ihre Themen austauschen können und zwar, ja, unvoreingenommen. Ich weiß nicht, ob das durchsetzbar ist, aber sowas in der Art wäre in meinem Kopf und dass ich vielleicht auch, wie gesagt, anderen Studierenden helfen kann, ja, zu sich selbst im Grunde zu finden und mich in die Richtung weiter zu bewegen, ja. Ich applaudiere. Ich habe eine Klientin im Kopf und der habe ich dir vorhin schon ganz kurz erzählt, ohne Mikros, die hat Zahnmedizin studiert, kennt viele dieser Gedanken, von denen du erzählt hast, diese Ängste, dieser Druck, dieser Stress, auch die Angst, dann, ob es reicht oder ob man gut genug ist auch und ist damit furchtbar alleine, weil sie die gleichen Erfahrungen macht wie du, in der Branche ist das nicht gern gesehen, darüber wird nicht geredet. Also nicht darüber kann man nicht reden, sondern darüber wird nicht geredet. Punkt. Ja. Und ist damit echt alleine. Deswegen glaube ich schon, es redet nur keiner drüber. Genau. Dass du nicht die Masse abholst vielleicht, aber dass da mit Sicherheit es etliche gibt, die drauf warten. Richtig. Und ich kriege das auch in den Vorgesprächen mit. Also ich hatte mal ein interessantes Gespräch auch mit jemandem, der dann auch nicht in meinem Podcast sein wollte, weil er gemeint hat, Eva, dein Podcast verdient es ehrlich zu sein und ich kann es einfach nicht. wo ich mir denke, schade. Und es muss irgendwas. Noch nicht. Noch nicht. Es muss irgendwas geben, wo ich sage, da kann man Zahnärzten einfach eine Plattform schenken für diese Gedanken, die ja gar nicht immer dazu führen müssen, dass der Beruf scheiß ist, weil das ist er nicht. Der Beruf ist, würde ich sagen, wunderschön, wenn du dafür gemacht bist. Ja. Auch und das ließe sich ja ausweiten, dass es nicht auf Zahnärzte beschränkt ist, sondern Medizin am Allgemeinen und da ist ja wirklich viel Bedarf. Ja. Auf der einen Seite so ein großer Druck, dann diese verstaubten Rollenbilder. Richtig. Und es stecken aber halt Menschen in den Kitteln. Ja. Ach, ich bin mir sicher, dass du dann eine gute Lücke gefunden hast, die gefüllt werden und dann geweitet werden kann. Mal gucken, wie lange du Spaß drin hast. Und deswegen, das meinte ich vorher, da lässt sich doch deine, deine zwei Richtungen, deine zwei Standbeine und wirklich Kreativität und das straighte Verstandes Ding total gut ergänzen. Auf jeden Fall. Und dann aus beiden Studien wirklich eine total coole Mischung machen kannst. Und ich habe das dann doch auch durchklingen hören von dem einen oder anderen. Ja, du hast ja noch was. So nach dem Motto, du hast ja schon was studiert. So nach dem Motto, Journalismus ist ja schon cool. Also sowas habe ich mal schon ganz kurz auch von Kommilitonen durchklingen hören, die sich da, glaube ich, gar nicht in der Position so sehen, sich diese Fragen zu stellen. Und trotzdem, ich weiß ja nicht, ob auch Studierende irgendwie deinen Podcast hören, möchte ich halt sagen, lasst es trotzdem zu, auch wenn ihr nur diesen einen Weg gemacht habt. Weil es ist ja so, wenn du mit dem einen Studium angefangen hast, heißt es ja nicht, dass du nicht noch was komplett anderes danach draufsetzen kannst. Auch eine Sache, die ich immer wieder höre, so, ich würde eigentlich noch gern, eigentlich hätte ich Lust, nochmal so ein richtiges Studentenleben zu haben, weil Zahnmedizin ist kein klassisches Studentenleben, sondern, wie schon gesagt, es ist halt ein Studentenleben, das einen auch sehr stark einschränken kann und sehr wenig Freiheiten lässt. Und das ist für mich kein wahres Studentenleben, weil wie ich das in Passau erlebt habe, das war eine Zeit mit wenig Uni, viel Zeit für dich selbst, viel Zeit für Partys, für Jobs, für auch einfach mal blöd schauen so ungefähr. Das konntest du halt bei Zahnmedizin nicht, weil es einen klaren Stundenplan vorgegeben hat. Und jeder, der da irgendwie noch diesen Wunsch hat, sollte da schon nochmal genauer hinschauen, ob er sich das nicht noch leisten will, wenn da nicht noch eine andere Leidenschaft da ist, die interessiert. Aber auch das, glaube ich, verbieten sich extrem viele nach diesem Studium. Ja, und es geht ja auch zu jedem Zeitpunkt. Ja, aber dazu musst du ja auch erst mal rausfinden, was du willst. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich jetzt bei solchen Gesprächen höre. Ich wüsste ja noch nicht mal, was ich wirklich will. Ja, habe ich auch ganz viele da. Und dann irgendwann, wenn du in einem guten Beruf bist, wo du viel Kohle verdienst, das macht es dann auch nochmal schwieriger, weil du so viel Lebensstandard aufgeben musst. Auf jeden Fall. guckst, will ich jetzt nochmal was völlig Neues machen? Klar, deswegen spreche ich da halt auch gerade aus einer recht verwöhnten Position, sage ich mal, dass ich relativ für mich alleine nur sorgen muss, keine Kinder habe und mir vielleicht auch gerade deswegen diese Gedanken jetzt gerade stark erlauben will, weil ich sage, wann, wenn nicht jetzt. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer die bessere Lösung ist, die Themen oder aus der Komfortzone rauszugehen, als irgendwo zu stecken, wo man halt so gar nicht sich wohlfühlt. Voll, vor allem mit dem Ausblick, da dann noch ewige Jahre zu bleiben. Eben, und das Leben ist doch echt nicht so lang. Also, du weißt es nicht, die meisten Hörerinnen wissen es schon. Mein Mann hat früher Jura studiert, hat dann kurz vor dem ersten Staatsexamen aufgehört. Da war ich dann schwanger mit unserem Ältesten und wo er dann gemeint hat, okay, jetzt ist ein Kind unterwegs, jetzt muss ich mich tatsächlich fragen, was will ich aus meinem Leben machen? Und dann hat er bei etlichen Prozessen, wo er dann dabei war, festgestellt, ich will mein Leben nicht mit den Streitereien anderer Menschen verbringen. Hat das aufgehört, war jetzt zwölf Jahre erfolgreich selbstständig und ist jetzt kurz vor dem ersten Staatsexamen Lehramt. Er hat jetzt Lehramt-Mittelschule studiert, nebenbei quasi, neben der Arbeit und freut sich total drauf, dass er jetzt was völlig anderes macht, was er witzigerweise auch schon zu Abizeiten machen wollte. Also, das war auch schon immer wie bei dir, so im Hinterkopf, ich muss das irgendwann mal probieren. Er ist dieses Jahr 40 geworden, weißt du? Das geht. Oder der Mann einer Klientin, der war, ich glaube, Ingenieur oder irgendwas, aber auf jeden Fall was Hochbezahltes, gut Ausgebildetes, finanziell gut dargestellt, der ist mitten in seiner Ausbildung zum Gesundheitspfleger jetzt mit absoluter Begeisterung und der ist auch um die 40. Ja, das geht. Das hört man ja immer wieder und manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen, die das zulassen, die verspüren oft wahres Glück einfach und darum geht es ja auch. Freiheit zumindest, diese Selbstbestimmung, weil klar ist das nicht einfach. Hast du ja auch immer wieder gesagt, na schön war es nicht, diese Ängste zu haben, diese Unsicherheiten, diese Zweifel. Es ist ja jetzt nicht hier nur glitzer und einfach, aber es lohnt sich. Und es ist ja auch nie der Punkt, wo ich sage, ich glaube, heute geht es mir nicht mehr gut mit meinem Weg. Das ist ja ein schleichender Prozess, den du erst mal erkennen musst und wo du nicht reinspüren musst eben und ich glaube, das ist eine totale Schwierigkeit. Im Nachhinein kann man ja auf diese Phase zurückblicken, aber wenn du drinsteckst, fühlt sich ja eigentlich alles an wie immer. Jetzt ist es ja noch relativ frisch, hast du es deinem Umfeld jetzt gesagt? Also klar, dein Freund hat dich begleitet, der hat es mitgekriegt. Wie sind deine Eltern schon Bescheid? Ja, seit kurzem habe ich sie auch mal eingewiesen, aber es war schon so, dass ich mich während der kompletten Examenszeit sehr zurückgenommen habe. Ich glaube, das war auch, ist durchaus auch so angekommen, aber es war ja immer dieses, naja, sie braucht halt ihre Zeit jetzt für sich, für die Prüfungen, weil ich gewusst habe, da würden mich sämtliche Gespräche in diese Richtung gerade einfach überfordern und ich hätte auch keine Kraft dafür gehabt. War aber jetzt ein Thema, wo ich gesagt habe, möchte ich angehen und habe ich dann auch gemacht. Also es war ganz interessant, weil ich hatte schon immer ein recht, also eigentlich schon immer ein recht inniges Verhältnis zur Familie und ich habe schon vor einem Jahr mal angedeutet, dass es mir nicht gut geht und dass ich gerade überlegen bin, ob ich das Examen mache, da habe ich sie schon mal mitgenommen und das war auch ein recht emotionales Ding, weil ich halt davor komplett, weil man es mir überhaupt nicht angesehen hat und das war glaube ich dann schon so, es wurde nach Gründen gesucht und es hat mich genervt, weil es konnte ja keiner nachvollziehen und das hat es halt emotional gemacht und dementsprechend war jetzt dieses, ich nenne es mal Outing vor ein paar Tagen, dass ich jetzt aktuell eben eine Entscheidung getroffen habe, es nicht weiterzuführen, diesen Weg. ganz interessant, weil es eben hieß, ja, wir haben uns das fast schon gedacht, aber da trotzdem ganz, ganz viel, immer noch ganz, ganz viel eigene, ja, Glaubenssätze, Erwartungen verschiedenster Typ Menschen, da sage ich mal, da eingeflossen sind und ich meine, ich habe das schon gemerkt und trotzdem habe ich gemerkt, wie von Tag zu Tag, also ich war ein paar Tage daheim, wo es immer mal wieder darum auch ging, mit unterschiedlichen Leuten, wo ich gemerkt habe, ich wurde von Tag zu Tag schlechter darin, zu mir zu stehen. Also das ist, Ah, spannend. Genau, du kommst halt, sage ich mal, du hast ja auch dieses Ding mit, woanders studieren, als du wohnst, kommst aus einer Welt, wo du da relativ im Klaren darüber bist, in eine Welt, wo du vielleicht noch eher wie die Alte bist und genau, dann macht es das halt irgendwo zu einem, ja, irgendwo auch wieder zu einer Challenge. Also ich habe es wieder als Challenge gesehen. Ja, klar. Man rutscht ja sofort in die, in die Tochterrolle. Ja, richtig. Sofort. Die dann doch wieder will, dass die Eltern stolz sind und eben gewisse Erwartungen erfüllen möchte. Machen sich deine Eltern Sorgen oder ist das jetzt mehr so, also was aus dem Baby wird? Oder ist das jetzt mehr so, wer A sagt, muss B sagen und Sicherheit und wie hast du gesagt, Altersvorsorge und so? Nee, also ich glaube sie, es war schon so, dass sie, es kam rüber, dass sie sich total freuen, dass ich anscheinend glücklich bin, gerade mit meiner Entscheidung und dass sie mir auch vertrauen, dass ich da meinen Weg finde und das war einfach ein superschönes, superschönes Gefühl und auch ein Gefühl, das uns irgendwie, glaube ich, verbunden hat. Das ist ja oft so, wenn man eigentlich ehrlich ist, dass es am Ende, man sich in den Arm legt. Also genau so war es und natürlich, das ist auch noch eine Generation, die schon auch aufgewachsen ist mit Themen wie, ja, du musst Geld verdienen, sparen. Damit bin ich auch aufgewachsen und ich kann nicht ganz abschätzen, ob sie sich wirklich Sorgen machen und da wirklich auch sehr offen zu mir sind mit den Sorgen. Aber ich glaube, auf Priorität eins steht immer, tu das, was dich glücklich macht. Genau. Dann verstehe ich nicht, wo du sagst, du konntest dann weniger zu dir stehen, weil das klingt doch sehr unterstützend alles, so mach, Kind, mach. Ja, ich glaube, es ist vor allem dieser Punkt, wenn es dann ums Geld geht, dass man sich denkt, ja, ihr habt ja recht, ich will nicht mehr von euch abhängig sein, ich fühle mich so frei und es passt nicht zu einer finanziellen Abhängigkeit und ich weiß auch, das ist ja doch das zweite Studium gewesen, dass dieses Thema finanzielle Unterstützung jetzt halt auch endet und ich bin da total, also ich finde das auch total richtig und wenn du halt aber Stand heute noch kein festes Einkommen hast, ist es halt schon was, was am, an der, an dem eigenen Standing halt nagen kann. Es ist immer wieder dieses Thema, Geld. Ja, klar, weil die Frage, wie du dich finanzierst, steht ja trotzdem im Raum. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige. Alles andere ist, wir sind froh, dass du ehrlich bist, dass du mit uns darüber reden kannst und wir unterstützen dich und wir sind für dich da. Das ist schon eine Sache, die einfach ein schönes Kissen, sage ich mal, so emotionales Kissen einfach auch ist. und alles andere lässt sich regeln. Voll. Auf jeden Fall. Das sind doch hervorragende Aussichten. Ja. Wann trittst du deine Reise an? Im neuen Jahr. Also da gibt es noch so ein paar organisatorische Dinge jetzt zu klären und ein Umzug steht auch noch an und ich denke, dass es dann auf Ende Januar, Februar dann rauslaufen wird. Schön. Verrätst du, wo es hingeht? Weißt du es schon? Ja, ist ja gerade alles gar nicht mal so einfach, aber vermutlich ist Sri Lanka noch ein Ziel. Also ich habe auch Yoga, Meditation total für mich entdeckt jetzt in der ganzen Zeit und könnte mir auch vorstellen, also ich bin ein totaler Bergmensch im Grunde auch und sehe mich da so ein bisschen in so einem Yoga-Retreat irgendwo in den Bergen oder im Dschungel. Schön. Gibt es ja alles auch relativ gut finanzierbar, sage ich mal, gut machbar in diesen breiten Graden und darauf hätte ich extrem Lust. Um einfach den Kopf nochmal frei zu pusten. Voll und auch einfach mal wieder dem Körper, ja, sage ich mal, was Gutes zu tun. Ja, klingt rund. Magst du nochmal so abschließend zusammenfassen, was so die größten Punkte waren, die dir geholfen haben jetzt auf dem Weg die letzten Jahre? Traut euch auf jeden Fall Hilfe, euch zu holen und da auch jemanden, die mir wirklich, ja, wo ihr einfach ein gutes Gefühl habt, dass das auch passt und versucht, einfach ehrlich zu euch selbst zu sein. Einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Schreibt eure Gedanken auf, das hat mir extrem geholfen, weil sie dann einfach rauskommen und nicht wieder verschwinden, weil ich glaube schon, das Intuition und Bauchgefühl, was denn, auf das man hören darf, auch wenn man sich auf einem Weg befindet, der das überhaupt nicht zu erlauben scheint und beschäftigt euch mit euch selbst, egal wie alt und an welchem Lebenszeitpunkt und erlaubt euch loszulassen. Ich glaube, das ist bei mir auch so dieses Ding, immer wenn ich mir selbst erlaube, all die Erwartungen loszulassen, dann fühlt sich alles frei an. Schön. Ja. Denke an Sophie, die mit mir bestimmt eine Erklärbär-Folge zum Thema Freiheit machen möchte. Das ist jetzt so eine schöne Vorlage, gucken wir mal, was wir draus machen. Magst du sonst noch irgendwas mitgeben, was dir wichtig ist oder lassen wir es an dieser Stelle fürs Erste? Ich denke, ich habe so viel geredet. Das ist jetzt erst mal Mai. Ihr weiß, vielleicht kann ich ja irgendwann nochmal berichten, was dann wirklich draus geworden ist. Wie es weiterging. Würde ich dir überlassen und bedanke mich auf jeden Fall, dass ich meine Story ein bisschen erzählen durfte und hoffe, dass es auch dem einen oder anderen helfen konnte. Ach, mit Sicherheit. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit. Verweise nochmal auf deinen Podcast, ihr Lieben, ich verlinke. Vielleicht werden wir auch da hören, wie es weitergeht. Ja. Oder wir machen tatsächlich nochmal eine Fortsetzung. Das schwebt mir eben mit einigen Gästen noch im Kopf. Das glaube ich, ja. Dass wir irgendwann Fortsetzungen machen, was wurde aus. Ja. Und dann wünsche ich dir erst mal einen, jetzt wollte ich sagen, einen ruhigen Jahresausklang, aber die Folge erscheint ja im Januar. Vielleicht bist du schon unterwegs, wenn die Folge kommt. Ja. Deswegen, ihr Lieben, für euch gilt es dann nicht mehr. Für dich auf jeden Fall schöne Weihnachten, eine ruhige Zeit, genießt des Examens, freie. Werde ich und das tue ich jeden Tag und deswegen grinse ich auch so viel, weil es einfach eine Freiheit endlich wieder da ist. Voll schön. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Dankeschön. Ihr Lieben, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr euren Senf loswerden möchtet, Feedback geben, könnt ihr das machen, entweder über Instagram oder über Facebook auf dem Profil der Mutmachgespräche und ich leite dann gerne weiter. Dann hören wir uns nächste Woche und dir vielen Dank und alles Liebe. Bis bald, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.